Ich darf euch herzlich begrüßen bei unserem Charity-Bundstand vom Freundeskreis Kämmerthen. Es ist heuer der dritte Bundstand, immer am Adventsonntag mit einer Ausnahme. Ja, wie gesagt, man sieht, es sind wieder sehr viele Leute gekommen. Rückwirkend oder rückblickend kann man schon sagen, es war wieder sehr erfolgreich. Das Ganze, wie gesagt, ist eine Charity-Aktion, das heißt der Reinerlös, wird an den Sozialfonds der Gemeinde Kämmerthen gesponsert. Wir kriegen da immer sehr gute Unterstützung von unserem Bürgermeister, vom Stahlbauer Markus, der uns da den Gemeindeplatz zur Verfügung stellt. Und wie gesagt, nach den ersten Bundstand kann man schon sagen, wir sind wieder drauf, dass wir das Ergebnis vom letzten Jahr erreichen. Das heißt, letztes Jahr haben wir 1.000 Euro spenden können. Und wenn wir das heuer auch wieder zusammenbringen, dann haben wir wieder einen sehr guten Beitrag geleistet für die Gemeinde. Und wie gesagt, wenn ich da so in die Runde schaue, ist wieder sehr gut angekommen. Und auch die Bürger von Kämmerthen unterstützen das immer recht gut und möchte mich auch recht herzlich bei allen Leuten bedanken, die aus Heuer auch wieder zu uns gekommen sind. Ich bin gebürtiger Kämmerthener. Wir wohnen jetzt seit sieben Jahren in St. Marien. Und wir kommen jedes Jahr, seitdem es es gibt, zu dem Bundstandl vom Freundeskreis Kämmerthen. Ja, wir finden es eigentlich ganz super, dass das für den Sozialfonds Spenden gesammelt werden. Und wir werden uns heute noch einmal ein bisschen ein Bunsch anschmecken. Unser Bunsch ist deswegen so gut, weil wir ihn natürlich mit Liebe herrichten, logisch. Aber natürlich der Hauptgrund ist, weil er für einen sozialen Zweck von uns ausgeschenkt wird, sprich für den Sozialfonds Kämmerthen. Jeder gibt nur freilige Spende her. Es gibt keine Preislisten in dem Sinn. Jeder gibt es her, was er möchte. Und aus dem Grund, sage ich, ist unser Bunsch heute der Beste, was es gibt. Also wir sind die lustige Sonnenhang-Runde. Prost zum Wohle. So, ich will noch etwas sagen. Das muss ich jetzt selber anschauen, wie du es zusammenbringst. Ja, war nicht schlecht. Hey, hey, holl, hoff, nur drücken. Ich hebe ihn einmal. Na, ich. Abschließend möchte ich auch noch einmal Danke sagen, wie gesagt, bei unseren Mitgliedern von unserem Verein, die was da so tatkräftig mitgeholfen haben, aber natürlich auch bei alle Kämmerthner und Kämmerthnerinnen, die uns auch besucht haben bei dem Bunsch-Dandl und auch fleißig gespendet haben für den Sozialfonds von Kämmerthen. Ein herzliches Dank an alle Gemeindebürger und Bürgerinnen.